Da war ja was. Kann er aber theoretisch die Links und Rechts nicht genauso wieder mit TBN nehmen? Was benutzen die da? Die dritte. Die dritte. Auch wieder mit TBN? Schutz, weil dunkler Geist und Black is Night. Weil Schattenwand ist da noch auf Kodak. Kannst du da Links anfangen? Ich meine jetzt direkt in der zweiten Phase. Wenn das anfängt. Was benutzt du da immer? Litany. Äh, warte mal. Ich muss nicht. Ja, okay. EG. Schöner 60-Kart wird. Mal ran. An. Wenn man wegkommt. rein raus in die Mitte rein kann AOE plus Landslide Landslide achten PD D gleich Rüber ja und dann noch 4-1 ziehen die Sportnab rüber nochmal rüber rüber Dora 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 Hinten gleich sofort da warten warten jetzt gut machen wir gleich K erstmal rayt sharden erst mal rayt sharden und daher genau great buff sind 10 Raid Buffs kommen Littany E.G. Kahn Tunus Torch Bitte reinlaufen, nicht vergessen Komm, Tank Orientieren zu A, B AS69 Gut Ich hab meine zwei Schweren nicht rausbekommen Ah, f*** der Huren, sonst So, was würdest du jetzt nochmal wissen, Haru? Was benutzt du denn jetzt gleich? Direkt der erste Tankbuster, der jetzt gleich kommt Wenn jetzt gleich der erste Tankbuster kommt Also alles außer Black is Night Und für den Shared f*** ich dann noch Black is Night dazu Direkt der initial Hit auf? Den ersten? Den ersten? Jaja, das hält für alle beide Tankbuster Vorsicht, es geht los Wir können gleich noch weiter da oben Pod aufheben für die Raid Buffs Oh Lengs Lengs bleiben Gut, Standbuster Wir haben keinen Anti-Knockback Kann man da geräumen, müssen wir sofort hochziehen Dann alles jetzt weg Ja, mach irgendwas und Haru hast oder so Ich mach auf Klaus? Ja, ja, alles super Entschuldigung, ich cast einfach nur Oben ist orange Unten ist gelb Ich bin unten Geht nach ganz oben durch Geht bitte durch Danke Sammeln Mitigation ist drauf Sorry, Haru, dass du laufen musstest Ich wusste nicht, dass du orange bist Heller gepengeteilt Blanks Bitte ansagen Hinten Hinten Geht ein bisschen mehr durch Falls ihr könnt War mega knapp Pass EG Gleich Raid Buffs und Pod Geht nach rechts rüber Raid Buffs Pod Pod Alle Raid Buffs an Wir gehen Wir gehen Wir gehen Tankbuster und dann Fäuste Rechts Können rein dodgen, wenn der Fall Aber wir können rein dodgen, ja Rein Super Jera-Gruppen, Gruppen, J-Gruppen Entschuldigung, ich hätte fast gepennt Ich auch Ich war mit der Seite irgendwie nicht erwartet Nee, ich geh rüber, ne? 20% weg, geh drauf Treff ich deins, Haku? Ja, steht drin, oder? Jetzt zu spät Jetzt zu spät Ja, wurde gut rührt Nicht beraten Okay Niemand runter, niemand runter Niemand runter, erstmal sammeln Dann hochgehen Entweder Tankst oder Heiler runter Heiler Okay, nach oben gehen die DPS alle Danach sammeln Okay, sammeln Konzentration clean as fuck bis jetzt Versuch gleich bitte den Chat mit so wenig zu nehmen wie möglich Links Frank kommt dann auch noch nach Raid Buster, äh, Raid Sachen in, äh, 17 Raid Sachen in, äh, 4 Okay, wir bleiben hier Links Komm mal mittig positionieren EG Und los Ich bleib hier stehen Ich bleib hier stehen Versammeln So, extrem guter Damage Extrem guter Damage Wir müssen jetzt nur chillen Wir müssen jetzt nur chillen Wir müssen jetzt nur chillen Chillen, ich bleib mal Ja, ich bin leer Bitte, mach mal irgendwas Teil jetzt nicht Ich sammle ein bisschen empty Erste Medikation geht auf meine Kappe mit So Geht durch Position vom ersten Set einnehmen Bitte nach der Heilung Jetzt geht's los Und spielen Noch eine Explosion Jetzt zusammen So Neft Ach, äh Samen wollen Antinockback Wenn ihr wollt Komm zur Mitte Samen hoch ein Alle bitte sammeln Mantra gleich So, jetzt gegenpumpen Ohne Ende Machst du Bebogen? Ja, ist raus Wir kommen Das muss medikiert werden Was von was auch immer Ihr wisst Bescheid So, jetzt zweite Ref Mitigieren Pots wieder ready Mach mal poten Äh, Raid Buffs in 70 Geht das noch rein Und halten Wartet sonst Auf die Raid Buffs Kannst du das hochhellen? Ich will mich Ich falle nicht Noch mehr Einfach DPS jetzt decken Genau DPS Und hinterherlaufen Und hinterherlaufen Nicht hoch halten Noch ein Ein Hier noch ein weiter Hako Sammeln Ich hebe Hako auf Ich hebe Hako auf Ich kann nicht Ich mach ein Long Rest Ich mach ein Long Rest Halt die Leute am Leben Ich hab ihn 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 Chilled Tankbuster danach Inbullen Oh, bitte nicht sterben Tankbuster Inbullen Bitte weg von der Gruppe Er ist weg Hast du wen? Na, warte, noch nicht Jetzt kommt der dritte, ne? Dritter Ja, jetzt Oh, sharen, sharen Tanks, sharen So, wie kannst du Fancy Fancy Gut, danke Heil hoch Oh, bitte Snap Nein, nein, nein Snap So, dritter Gaia Thread Mitigieren Ich hab mitigiert Ist drauf Oh, nochmal Tanktyler Vier Sekunden Raid Buffs Vier Sekunden Raid Buffs Nächste Rotation Die letzte Seed Raid Buffs Sammeln Muss noch rüber gehen Verfolgen Tanktyler Eins, weiter So, Enrage Bitte Achtet nochmal auf die Fäuste Achtet auf die Fäuste des Spiels Einfach super safe Links 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 Bleiben Forten nochmal Und dann Bitte nur noch die Fahrgastbend Bleiben, bleiben, bleiben Scheißegal Kim LB 800 Manner Ja Kim LB Ja, KB jetzt LB Noch nicht, es dauert noch Es dauert noch Halt uns hoch Ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Macht sehr viel Wenn ihr irgendwelche hat Nochmal Ich hab nichts Hast du Vitakas? Ihr kriegt gerade Mana Ihr kriegt gerade Mana rein Ihr schafft das Drückt Enrage Pass Ich drücke Ich drücke Ich drücke Ich drücke Los, wir haben's Wir haben's Ganz chillig Wir haben's Ich drücke Ich drücke Was ist MonkBrench Waffe Was? Ja, easy Ach, eh Es droppen keine Waffenkisten? Ich hoffe Ich hab mir verdient Nur eine Einer droppt direkt Duffen Wie machen wir das mit der Waffenkiste? Die DPS first oder alle? DPS bitte first Auf eine Sekunde Ich schwöre, ich hab auch In der letzten Sekunde Hab ich Recitation gekriegt Guck mal, also wie knapp das jetzt war Also Ich würde sagen Diese Woche noch DPS first Äh Ich drücke